Hi Leute, also heute wollten wir ein Let's Play machen und wir sind gerade auf der Gamescom. Ja, uns hat ein netter Typ gefragt, ob wir ein Let's Play machen wollen. Haben wir uns natürlich ein Spiel ausgesucht, Minecraft. Und ich sehe gerade, dass mein Fadenkreuz falsch herum eingestellt wurde. Ey, warte mal. Also ich bin jetzt nicht die absolute... Du haust jetzt von mir ab, denn. Du haust jetzt von mir ab. Wo bist du denn? Hier. Ey, wohin mit dir? Guck mal hinter dir. Ich kann nicht laufen. Du musst dich drehen mit dem, ne? Achso. Okay. Ich bin jetzt nicht so... Ich bin jetzt nicht so eine Zockerin, aber naja, okay, ich kenne das vielleicht... Ihr müsst euch jetzt denken, ey. Ich kenne das vielleicht aus dem Laptop oder so. Also ich bin deine Cousine, aber ansonsten, ich mache das eigentlich nicht so. Okay, natürlich war das jetzt ganz spontan. Wir könnten uns jetzt eigentlich nicht die größten Kommentare aussuchen. Wir haben einfach mal teilgenommen am Gewinnspiel. Ich glaube, das ist eigentlich eine coole Sache. Also werden wir natürlich gewinnen. Ne, das will ich gar nicht haben. Ich glaube, wir sollten erstmal anfangen, hier irgendwas abzubauen. Baue mal hier... Achso, das bin ja ich. Baue mal hier, äh... Wie denn? Hier mit. Warte mal. Warte, ich erklär dir das mal. B. B, okay, ja. Okay. Und dann hast du hinten. Damit kannst du abbauen. Okay, okay. Und du hast deine Sicht irgendwie gewechselt. Wirst du deine Sicht gewechselt? Wäre ich nicht. Ich habe irgendwo gedruckt. Sorry. Okay. Es gibt ein paar... Ah, jetzt, jetzt! Ah, okay, so. Und so kannst du dann halt abbauen mit hier. Mit meiner Haft? Die ganze Zeit gedrückt halten. So, ja. Und ich... Ich stelle mal jetzt gerade mein... ähm... meine... äh... mein Fadenkreuz ein. Äh... Skin ändern. Okay. Geht auch. Fülle hauen. Nein, was denn? Bin... Was ist das? Boxerstief. Okay. Boxer. Kann ich das auch ändern? Was? Kann ich das auch ändern? Okay. Oh! Kacke. Ey, was hat sich gerade angegriffen? Ah, ein Wolf! Power, Power, Power. Mama! Mama! Okay, ähm... Äh... Das wird jetzt auf YouTube hochgeladen. Ah, ich bin gestorben. Okay, äh... Ja, fein. Wo bist du auch fein? Wo bist du? Wo bist du? Hier. Ähm... Wir sind, wie ihr merkt, noch nicht so... ...erfahren mit YouTube. Äh... Ja... Ja, der Sasser... Nehmt's euch uns nicht übel, wenn wir jetzt ein bisschen... Öh... Äh, keine Ahnung. Hier irgendwas machen. Aber wenn, dann werden wir noch einen eigenen Kanal erstellen. Mal gucken. Ich glaube, das wird dann besser. Also... Ja... Ich werd mich auch noch ein bisschen üben hier. Aber den Wolf bereif ich jetzt nicht mal an, ne? Wie, wie macht man das hier? Äh... Das ist ein Pilz. Ja, nein, aber ich meine jetzt, äh... Dieses falschrum einstellen, weil ich hab das hier bei mir irgendwie ganz falschrum eingestellt. Warum? Egal, müssen wir mitleben. Okay. Äh, wo bist du jetzt schon wieder? Äh, ich bin irgendwo hier, äh... Warte mal. Bist du da bist? Okay. Dann bauen wir erst mal ab. So, ähm... Jetzt musst du entscheiden. Sollen wir ein Haus... Ein Baumhaus bauen? Ein normales Haus? Irgendwie am Strandhaus oder... Ich würd mal sagen... Ähm... Weiß ich gar nicht. Ähm... Ich glaub, wir bauen mal so ein... Ich würd mal so versuchen, ein Strandhaus zu bauen. Ja. Ja. Ein Strandhaus. Okay. Okay. Ähm... Wir müssen uns irgendwas zum Kommentieren ausdenken, sonst wären wir hier... Auf jeden Fall nicht... Nein! Hä? Ähm... Ja, äh... Gamescom, zum Thema Gamescom. Äh, manche sind ja von euch nicht auf der Gamescom, glaub ich. Zumindest hat uns der Mann gesagt, dass das auf Youtube hochgeladen wird. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass... Äh... Das jetzt... Wenn ihr jetzt zuhause sitzt, äh... Dann würd ich euch empfehlen, auf jeden Fall nächstes Jahr, weil wir sind schon am Sonntag. Heute ist Sonntag. Ähm... Die Gamescom war... Hat Mittwoch angefangen, das war jetzt glaub ich für Reportage oder irgend sowas. Für eins live oder so. Keine Ahnung. Nein, nicht eins live. Für RTL haben die da auch berichtet. Ähm... Ähm... Ich würd euch empfehlen, 2014 auf die Gamescom zu gehen. Äh... Vielleicht habt ihr Glück, es ist nicht so voll. Natürlich ist es hammergeil, da jetzt die Xbox One und die Playstation 4 rauskommt. Ähm... Das kann man dann behalten lassen. Okay, das Huhn können wir töten. Ich glaub, das kann ich anreifen. Wack, 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 wack. Kinder... Hast du deine Steuerung richtig eingestellt? Weiß ich nicht. Ich hab den... Nein. ловica Beach... Off zu räubsen, böse. Ist gar kein Bäuerer. Wolle. Wolle, 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 Wolle... Wo ist das jetzt? Wolle, 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 Wolle... Wolle, woolle, 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 wälla, woolle... Ach, du weißt auch, dass man mit Wolle und mit Holz einовать-craften kann, ne? Ne, weißt nicht. Okay, dann, ich sammle die Wolle. Wo ist das Chicken? Ach so, wir können hier einen auch noch auf, sag ich mal, Terminator machen. Ach so, ich bin jetzt ein Mädchen. Und jetzt bin ich Iron Man oder keine Ahnung. Ich lass ihn mal an. Und jetzt bin ich... Ähm, ja. Ähm, das ist ein Migraten. Ja, ja. Okay, vier Holz. Oh Gott. Wir können nichts craften, weil wir... Warum können wir nichts craften? Was ist das denn? Wir haben auch erst nur Erfahrungen mitgemacht mit Minecraft auf dem PC. Von daher habe ich keinen Plan, wie das jetzt aufgebaut wird. Da ist eine Bucht, komm mal her, hier ist eine Bucht. Warte mal, der macht ein Foto von uns. Nein. Warte mal, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Ich hab Wolle. Ja, komm Fein. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Dreh dich mal um, dreh dich mal um. Warte. Warte. Irgendwo muss ein... Da bist du, oder? Nee. Ich finde den Schläfer. Nee, 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 nee. Du musst gucken. Ich seh dich. Komm mal hinter dir. Komm hinter dir. Tada. Nach links. Nach links. Rechts. Links. Links. Wo bist du? Hier bin ich. Aua. Du kriegst auch Aua jetzt. Ähm. Ah. Eine Muuu. Eine Kuh. Warte mal, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt mal craften. Ich will die... Ich will die... Kann man daraus ein Steak machen? Ach. Ich versteh das irgendwie nicht. Du hast... Du hast nicht alle Zutaten, die du brauchst, um diesen Gegenstand herzustellen. Das Feld unten links zeigt dir die... Ah. Nicht. Ähm. Ich renne hier so einer dummen Kuh hinterher. Ah. Wo ist die? Ah. Ja. Ah. Mann. Alter, die schubst mich. Ach, noch zum Thema Ghost. Call of Duty Ghost. Ähm. Was soll da? Ähm. Natürlich, weil bei der Gamescom bekommt man so kleine Bändchen. Einmal ab USK 12. Also hier solche grünen. Also die sind jetzt... Also die sind jetzt... Die sind jetzt 12 oder so. Ja, ab 12 bekommt man die. Dann bekommt man noch welche ab 16 und 18. So wie die Altersbegründung. Ja, so halt rot. Und leider kann man nur mit 18 die Ghost testen. Äh. Dudeface. Warte. Äh. Äh. Ich schlacht jetzt den Hund. Ach so, wir sind die Langeweiler. Also müsst ihr auch ein bisschen persönlich nehmen. Aber nicht zu persönlich nehmen. Ey, komm mal her, Mann. Ich verliere dich die ganze Zeit. Liegt der mich? Liegt der mich? Liegt der mich? Liegt der mich? Ja, der will dich. Du weißt schon. Kannst du nicht zu meinem Platz und diese Sachen aufsammeln, die ich gerade verloren habe? Ah, die sind hier. Nein. Kack. Hier sind die Sachen. Wieder ansteigen. Alter, dieser Wolf, der hasst mich. Geh, geh weg. Ach, endlich. Ey, die hören nichts raus. Ich weiß. Ich weiß. Das ist ein bisschen schrisch. Scheißegal jetzt. Kann man hier sprinten? Weiß ich gar nicht. Kann man hier sprinten? Ähm, warte. Kannst du noch ein Schicken? Ich suche noch einen Vorrat. Eine Karte. Ey, ich habe eine Karte. Hast du eine Karte? Was kann man damit machen? Weiß ich gar nicht. Okay, wir müssen aufhören, glaube ich. Tschau, Leute. Peace out. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020